Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Urwaldraserei Teil 7. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, warum Teil 7, äh Teil 6 mache ich natürlich. Warum Teil 6, wenn ich das letzte Mal wahrscheinlich Teil 2 gemacht habe, weil wir zufällig direkt davor stehen und ich mir das ehrlich gesagt zu blöd war hier nochmal hinzulaufen. Kein Spaß. Und let's go. Diesmal probieren wir es mal nur mit T drücken. Wir drücken einfach die ganze Zeit nur T und gucken, ob das für die maximale Belohnung reicht. Also sofern es geht, dass wir T drücken. Jetzt gar nichts zum Beispiel nicht, weil ich nicht wusste, wo das nächste T drücken war. Dazu fast an, wir Arm drücken nur mit T. T gedrückt, T gedrückt, T gedrückt und reicht für die maximale Belohnung. Ich habe alle Thaler gesammelt. Achso, na gut. Also ihr müsst einfach nur T drücken. Das ist so einfach. Das ergänzt schon fast an lächerlich, dass man dafür 40 Urgestein. Was kriegt man da noch alles? 40 Urgestein, 40.000 Mora und viermal mystisches Verstärkungserz. Das ist wirklich krank. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Commentern, Abo von euch freuen. Bis beim nächsten Mal mit Genshin Impact. Ciao, ciao.